Moin Flazzi, im Clansonsay Update. Schalke ist auf der Suche nach einem Stürmer im Abstiegskampf, also in der Offensive. Ist da auf Michael Frey gestoßen, den 28-jährigen Stürmer von Royal Antwerpen, der dort auch einen Vertrag bis 2024 hat. Hat in der Saison einen neuen Saisontor gemacht, kommt aber über eine Reservistenmodelle nicht hinaus. Und der Trainer mag von Bommel und möchte auch wohl gerne wechseln. Schalke hat großes Interesse, er hat noch einen Vertrag bis 2024. Beim ein bisschen Einlenken von den Werten, da die Schalke ja klamm sind, könnte dieser Transfer zustande kommen. Man darf gespannt sein. Ciao, ciao.